Nette Kiste. Ich glaube, da ist eine Nachricht für euch auf dem Ding. Runterladen und abspielen. Ziffer 9, der Geheimdienst stellt eure Zielliste fertig, aber in der Zwischenzeit haben wir noch eine Formalität zu besprechen. Mit dem Ableben von Darth Yardus ist sein Sitz im Rat der Sith frei geworden. Seine Tochter und einzige Schülerin wird ihn einnehmen. Darth Surrid. Yardus hat eine Tochter? Lord Surrid möchte euch treffen. Reist sofort nach Korriban. Sie hat eure Anwesenheit in der Sith Akademie autorisiert. Nehmt euren Platz ein. Wir brechen sofort auf. Ruft mich einfach, wenn ihr etwas braucht. Ich sehe mal nach, was sie alles in der Lounge haben. Ich sehe mal nach Korriban. Sieh an, wer den weiten Weg nach Korriban gemacht hat. Ich glaube, wir haben Besuch. Ja, mein Lord. Commander, ich möchte mich mit meinen Leibwächtern zurückziehen. Natürlich, Lady Surrid. Entzückend. Findet ihr meine Leibwächter nicht auch entzückend? Hübscher Fremdling? Sogar ganz besonders entzückend. Ausgezeichnet. Entzückender Leibwächter? Ich habe eine Bitte. Ja, Herrin? Bitte tötet unseren Besuch. Wie ihr wünscht. Er ist so gut wie tot. Oh, wunderbar. Meine armen Leibwächter. So langsam finde ich das ein bisschen nervig. Und gruselig. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Darth Surrid. Mitglied des Rats der Sith und Nachfolgerin von Darth Yardis. Wie man hört, stellt ihr Untersuchungen über das Attentat auf meinen Vater an. Ich wollte mich davon überzeugen, ob ihr dessen würdig seid. Der Angriff war also ein Test. Ich konnte eure Gefühle beim Kampf spüren. Ich glaube, ihr werdet bei eurer Suche nach den Terroristen sehr erfolgreich sein. Aber seid ihr wirklich sicher, dass dieser Adler den mächtigen Darth Yardis getötet hat? Ihr habt seine Ansprache gesehen. Er hat die Verantwortung übernommen. Eine bewegende Rede. Aber sie beweist nichts. Yardis. Yardis glaubte an die Verbreitung von Angst und Schrecken auf jedem Planeten und bei jedem Volk im Imperium. Sogar bei Kreaturen wie euch. Vielleicht haben seine Pläne zu viel Aufmerksamkeit erregt. Jeder aus dem Rat der Sith könnte ihn getötet haben. Ihr seid seine Tochter. Was hat ihr von ihm gehalten? Oh, ich hasste meinen Vater. Er hat mir befohlen, meine Gefühle für mich zu behalten, um sie niemandem zu zeigen. Ich war nicht gehorsam. Verfolgt eure Terroristen. Rettet die Leben eurer imperialen Freunde. Aber wenn ihr herausfindet, wer wirklich dahinter steckt, kommt zu mir. Ich habe mir meinen Platz im Rat der Sith verdient. Und ich werde dem Schicksal meines Vaters nicht folgen. Das war alles. Hier Ziffer 9 am Hauptquartier. Habt ihr meine Liste mit Zielen? Hier Wächter 2. Ich habe ein vorläufiges Schema des Netzwerks des Adlers erstellt. Eure Ziele sind Terrorzellen auf Balmora, nahe der republikanischen Grenze, und auf Nar Shaddaa im Gebiet der Hutten. Ich kontaktiere euch, wenn ich dort bin. Ziffer 9 Ende. Verstanden. Wächter 2 Ende.